Da wohnen vier Personen und zwei Vögel. Meine Mama, mein Bruder, der Finn und die Freundin von meiner Mama, die Natascha. Ich habe ja zwei Kinder. Ich war verheiratet. Ich habe dann im Kindergarten die Kindergärtnerin kennen und lieben gelernt. Ich habe mich einfach in eine Frau verliebt letztendlich und dann habe ich mich natürlich auch entscheiden müssen, weil dann war nicht nur ich wichtig, sondern natürlich auch die Kürzen. Es ist ganz anders, sich in eine Familie zu verlieben. Viele können es sich nicht vorstellen, aber für mich und viele ist es ganz normal, dass die Täschi da ist und nicht ein Mann. Es hat eine Weile gedauert auch, bis ich mir darüber ganz im Klaren war. Am Anfang habe ich die Täschi nicht so gemacht, aber dann später schon. Mit ihr, da ist eher so der Spaß und mit der Mama ist eigentlich eher so Schule und so. Und mit ihr, da gehen wir dann so McDonalds was essen oder so, was wir mit der Mama nie machen würden. Familie ist für mich, dass man sich mag, dass man zueinander hält, dass man auch ein bisschen verliebt ist und da sein füreinander.